Und bei Michael, da kann man ja, wie gesagt, diese Sekte da, mit denen kann man ja irgendwas machen. Allerdings weiß ich noch nicht so wirklich, wie das funktioniert. Da müsste ich mich mal vielleicht irgendwie in einer Lösung einlesen. Ich glaube, das werde ich, glaube ich, die Tage mal machen. Da werde ich mich mal einlesen und dann mal gucken, was man da alles machen muss. Dann machen wir das auch durch. Ich habe ja gesagt, sämtliche Nebenmissionen will ich machen. Und, äh, ja. Das gehört halt auch noch dazu. Okay, was gibt es denn hier? Das ist ein perfekt guter Sock und eine gesamte Courgette. Just ignore us. Yes, don't mind us. Pretend, we're not here. Okay. You're not... Jock Cranley, are you? Actor and artist? I love your work. Oh, oh. Oh, stunt double. Oh, our favorite show. Mrs. Thornhill, snap. Watch the birdie. Oh, pretend to throttle me. Ha, 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 yeah. Like you did on that poster you did. Yeah, okay. Well, that would be my pleasure. Ha, ha, ha. Like that, huh? Yeah? Maybe something like this. Or like that, huh? You like that? That's enough, now, dear. You like that? Stop! Oh, hey. Thank you. Wow, that's quite a woman there, huh? We are not worthy. We're not worthy. We're not worthy. I'm not Jock, uh, what's his name? Cranley. Big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yeah. Before we met you, we were trying to break in to Bruce Spade's house and steal his rubbish. The things these stars throw away, they're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear and bathroom products. Things they've actually used themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins, it's such a business. Nigel's got an arthritic need. What do you, uh, what do you need? Just a few vinewood souvenirs for my museum. Look, look, look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them and some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best. Such fun. Ah, a pair of fruitcakes. Alte Leute, die Müll wühlen und nach Sachen von Stars suchen. Ja, gut, ne? Ich meine, jeder hat sein Hobby. Ich mach hier Let's Plays, die wühlen halt im Müll. Also, soll ja alles so sein, wie es jeder will, ne? Ja, das war jetzt gerade ein bisschen sinnlos, was ich geredet habe, aber egal. Gut, ähm, wir bekommen von denen jetzt auch gleich irgendwie wahrscheinlich eine E-Mail, einen SMS, keine Ahnung. Irgendwas kriegen wir gleich, denke ich mal. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab keine Ahnung. So, zur Sicherheit fahren wir einfach mal weiter, würde ich sagen, zu unserem nächsten Stopp. Das wäre dann hier. Also, soviel ich weiß, sind das auch wieder Sammelmissionen, da muss man... Ja, da haben wir was bekommen. Nigel, Promis, wenn es dir möglich wäre, uns auf Fahrten... Okay, dann muss ich mal gucken. Willi von Lawfist soll im Nachtclub Tequila-Lala einen Comeback-Auftritt haben. Ach, guck mal, Lawfist, ja, die kenne ich doch noch. Aus dem guten alten Vice City. Wie könnte man Lawfist vergessen? Da gab es ja diese eine Kack-Mission, wo man mit dem Auto fahren und nicht anhalten durfte. Okay, ja, da gucken wir mal, was wir uns da so ergattern können. Aber jetzt... Da hatte ich gerade einen kleinen Ruckler. Ja, jetzt gucken wir mal, was wir uns... Was da hinten so auf uns wartet. Bin ich schon gespannt. Gauen wir hier einfach mal querfeld ein. Ich meine, Trevor hat ja hier einen Geländewagen. Da ist das ja gar kein Problem. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. So. Nicht ins Wasser. Wie ich es gesagt habe. Da war doch eine nette Abkürzung. Was fahren wir denn da hin, ey? Da ist die Militärbasis. Da... Gehen wir mal lieber nicht hin. Würde ich... sagen... Da müssen wir ja auch gar nicht. Und irgendwas hat hier gerade gescheppert. Ich weiß bloß nicht was. Ach, nö, man. Ich habe doch gerade was vor. Wenn das eine Falle ist, dann, ne? Aha. Äh, äh, äh. Äh, äh, ähm. Er ist der verrückt, nicht ich! Geht über Angst! Nein, ich kann es nicht durchlaufen! Ich bin nicht bereit! Ich bin nur das Gefühl, dass ich vor dem ganzen Tag auf dem ganzen Tag auf jeden Morgen für den resten meiner Leben... Es gibt mir Hibes! Warum ist es, dass Menschen sich so... ...douchebags werden? Es ist all... Oh mein Gott! Nein, ich glaube, das ist ihn! Er kommt nach mir! Leave mich allein! Ich bin mit dir! Get me away from him, please! I can't go back there! Ah... Who the hell do you think you are? Idiot! You are always out of my league! That's it? That's a lot of you? Fucking pathetic! Get the fuck out of my way! Hä? Ach, schade! Ach, komm! So, wir haben sie von ihrem Leid erlöst! Das war jetzt so nicht geplant! Ich wusste nicht, dass die aussteigt, sobald ich den Typ mal schieß! Ich dachte mir, ich mach den halt einfach kalt und fertig! Oh, oh! Wasser! Waaaah! Hiiii! Ja, Entschuldigung! Ich hab hier grad mal ein bisschen den Wildlife Park aufgeräumt! Es tut mir leid! Haben wir den Wohnwagen hier nicht mal vor Ewigkeit ins Wasser geschoben? Oh, da hab ich schon wieder was überfahren! Das ist hier aber... Äh... Gefährlich für die... Äh... Für die wilden... Für die wilden Tiere hier! Ja, schade! Jetzt wollte ich die eigentlich zum Orkutisten... Zum... Diesen Kult da hinbringen! Äh... Ne, doch nicht! Wusste ich jetzt nicht, dass die da... Gleich aussteigt, bloß weil ich den Typen erschieß! Aber gut, ja... Ähm... Hätte ich mehr denken können! Egal! Wir gehören schon noch die Gelegenheit dazu! Vor allem die meint so, ja, ich will ihn nicht heiraten! So 3 Uhr nachts tun die einfach mal heiraten! Läuft bei denen auf jeden Fall! So, schau mal! Was gibt's denn hier? Was haben wir denn hier? Ja! Was? Schau mal um lustige Spaces? Ich sehe nichts, Boss! Ey! Lied auf die... Was? Er ist hier, Mann! Ich verstehe dich nicht. Ja, du hast mich nicht mit Deutsch. Was ist mit dir zu schaueln? Ich sage, er ist hier eine Art. Show me your passport. All you are illegal as one. And you are a citizen arrest, do you understand? America is a country of possibilities, and I use the opportunity to send you back to the border where you got stuck. What? Very good, Joseph. Real fine. We'll make a civilian protector of our nation's borders from undesirable elements of you yet. Sorry, citizen, just a training exercise. Ah, okay. Well, I'm so glad that you patriots are out here defending this fine American desert sand. Well, thank you. When you could be in town, fucking some girls and further destroying the gene pool. Hey, there's a real problem here. It's a disaster! And that's why we form the Civil Border Patrol. Wait, 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 wait. Patriot-Meter is going on. Huh? Hahaha. Come on, both of you. We've got some illegal over them hills. Come on, come on, you drive. You drive, let's go. Drive, get in the back. You drive, let's go. You drive, let's go. You drive, let's go. Yes, Trevor. Is he with my car? He's with my car. He's staying here, or what? Your name is, citizen. I'm Joe, that there's Joseph. Trevor. Okay, Trevor. Well, it's saying we need to head for the yellow jack inn. Oh, good. They love me in there. I'm definitely getting a strong reading. The Patriot-Meter predicts undesirables with up to 79% accuracy. Ha, 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 ha. Surely this is a sick joke. I mean, I love hanging with freaks, but you two losers cannot be for real. Unfortunately, this is as real as it gets. These people are criminals, who threaten our way of life and drive down our property prices. They think they can come here in search of the best life for themselves and their families. This is against the Constitution. Come one, come all, I say. This country's got bigger problems to deal with. Ha, ha. Well, that's because you've been brainwashed by the secular media. Don't you worry, though, we'll convert you. My brother showed some, uh, well, let's just call it sexual weakness in his younger days, but now he's a happily married man with three children, and he rarely acts out. Hey, if you do well in your civil board at patrol trial, we will, of course, pay you for your time. Last time I looked, this was still a service-driven market economy. This, I have to see. Well, they must be inside. Go see if you can flush them out, Trevor. Is there any place in the world I'd rather be than drunk as a skunk at the Alamosi? I said to the Lord, bitch, I'm going out for a snack. That was ten years ago, and I ain't been back. Hey, you're banned. Oh, this is pointless. Everyone in here has done something illegal. Ah, toll, there is nix. Get out here now! They're in that car, let's go! Quick, they're getting away! Go, go! Let's bring him in, boys. Here, take the stun gun. Really? Nobody needs to die here. We're civilized people. Sounds like they're having a lot more fun in their car. Look at them. Drunk out of their minds. On Uncle Sam's dime. And the population of the country, and the population of the foreign population. This is not American. Hold on your pointed hat! We're taking the secret. They're a law unto themselves. Keep those stun guns at the ready, my friend. They're probably gang members. I heard that some of these undesirable, are trafficking illegal guns into our very, very peaceful country. Now who do a thing like that? Can you believe they're singing? It's like they don't even care. You can keep your socialist balance a revolution and discontent to yourself. One more time! I don't know if I can shoot on them. I don't know if I can shoot on them. I don't know if I can shoot on them. I don't know if I can shoot on them. You know, you can't shoot on them in peace in liberty city today. I don't shoot on them, I can shoot on them. Ah, we've got them already. Some of them do that illegal, Trevor. I want to see how you handle that stun gun. Elektroschocker. Oh, Strom! Oh, lol!